Ja, aber ganz ehrlich, Bad, da kann ich nur sagen, heutzutage musst du mit 17 auch nicht mehr schwanger werden. Was ich mein? Ah, das funktioniert. Ich muss mich gerade erst mal hier, wegen dem neuen Monitor, erst mal ein bisschen... Hallo? Ich muss einmal auf den zweiten Bildschirm? Aha. Wie ich mein Dashboard hier einsteige. So. So, wir machen mal eine neue Eroberung. Ja, normalerweise sagt man das ja auch, ne, dass die Eltern da zu stehen. Aber du weißt ja, wie das bei Eltern ist, ne? Ja, das Problem, wenn man keine Pille nimmt oder... Ja, dann ganz ehrlich, selber schuld. Ja, können wir gerne machen. Mal gucken, ob wir beide dann mit dem Konkert-Mode zur Rande kommen. Also der Singleplayer, ich hab die auch angeschrieben, hat denen noch Feedback gegeben von Drowney und von Iron. Also der Singleplayer, den hat Drowney mittlerweile geschafft. Aber der, der Multiplayer ist Hardcore. Zu zweit, ne? Können wir ja morgen mal eine Runde zocken. Aber ganz ehrlich, Bad, ne? Mit 17, ich weiß, was für Hütung ist. Hallo? Ich mein, da... Hab ich wenig Verständnis für. Gerade heutzutage. Ne? Hab ich... Ja, hab ich kein Verständnis für. Ja, natürlich. Ne? Selbst... Ich mein, selbst wir wussten das damals auch schon. Ne? Ich mein, es gibt immer Situationen... Aber es gibt halt auch Möglichkeiten, wenn sowas passiert, sich im Nachhinein noch zu schützen. Ne? Aber wenn man nicht reagiert, will man auch nicht anders. Das sollten beide wissen. Außerdem, Bad, es geht ja nicht nur um Schwangerschaft, es geht ja auch um Gesundheit. Ne? Ja, ich mein, sie ist 17, da kann sie auch zum Frauenarzt gehen. Ne? Es gibt ne... Ich weiß ja nicht, wie lange das her ist. Es gibt ja auch Pille danach und so Sachen. Ja. Es gibt Möglichkeiten. Natürlich hatte ich schweige... Ich mein, mit 17 bist du ja... Ich glaub, ab 16... Äh... Unter 16 ist, glaub ich, das Problem mit... ...dass da ein Elternteil bei sein muss. Aber ab 16... Ne? Genau, die haben Schweigepflicht. Aber trotzdem, ne? Das ist heutzutage immer noch passiert. Ich mein, es kann wirklich ganz dumm laufen. Ne? Aber wenn du alles getan hast und trotzdem passiert ist, weil irgendwas... Ne? Kann ja immer mal sein, ne? Aber das ist ja mutwillig. Ne? Und mein Romer hat schon gesagt, wer... Ne? Kann... Der kann auch die Verantwortung tragen. So, ich hab ja letzten Male... Eigentlich müsste ich sie alle mal im Singleplayer... Ich komm aber nicht weit. Ich hab meistens den Zinklan gespielt, da komm ich aber nicht weit. So, dann würde ich sagen... Wollen wir mal den Eber probieren? Ich probier heute mal den Eber. Was hat denn der für seine erste... Schnell schützschlafende Besiedlung von anderen Clans? Achso, das ist dieses... Oh, mit dem kenn ich mich gar nicht aus. Warte mal. Weißt du, wir nehmen unseren... Wir nehmen erstmal unsere Ziege. Damit kommen wir am besten zurande. Ich hab das letzte Mal im Rage... Hab ich das gelöscht. Ich war, glaub ich, schon hier. Oder war ich schon hier? Ich weiß es nicht. Ich drasier. Na gut. Probieren wir's. Auf ein neues. Ne? Ähm... Bad, bist du noch da? Kann man das unten rechts in der Ecke lesen? So. Ein Häuschen. Gut. Nein, ich mein, ob man das... Äh... Die Zahl... Den... Den... Den kleinen... Den kleinen Balken da lesen kann. Eigentlich fehlt der noch was, aber das hat er nicht aktualisiert. Danke. Ich bin zwar auch schon am gucken, aber wie gesagt, das ist, äh... Da fehlt eigentlich noch, äh, Serverkosten hin, ne, bei diesem Monat, ich hab das erklärt. Das wird alles ein bisschen knapp. Oh, voll. Geh, mehr. Das wird in diesem Monat alles knapp. Das wird in diesem Monat alles knapp. Geht, mehr. Dann fahr'n. Ich brauche mal Schafstein. Ich brauche 60 Holz für... ...hab wir zwei Holzfäder. Nee, haben wir nicht. Ist das Speer? Da ist der Wolf drinnen. Ja, legt doch mal das Gebiet ohne Tier frei. Mann. Du doch mal. Sehr auf jeden Fall scharf. Aha. Oh, Angeln und Dings. Oh, das ist super. Wir brauchen nämlich sehr, sehr viel Essen. Im Zickleplayer sind es 2000 Essensvorräte. Der Baum ist hier. Den müssen wir einnehmen. Den müssen wir einnehmen. Was haben wir hier? Einfach nur so drei Schafe, ne? Na komm. Mahlzeit zusammen, liebe Simulanten. Halbtoten. Moin Daffen, na? Alles klar bei dir? Im schlimmsten Fall begleite ich Simulant. Ja, wenn's... Mein Gott, wenn's anders nicht geht, Metz, dann machst du das halt, ne? Sonst, weiß ich ja nie. Man weiß halt nicht, ne? So, du kannst schon bei dir anfangen. Oh, ich brauch mal Holzfäller. Ich brauch mehr Holzfäller. Ja. Anidmung. Ich brauch mal Holz. Was haben wir denn jetzt hier? Eins, zwei, drei Felder. Genau. Hier haben wir... Ein Gebäude geht dann noch drauf. Schafstall kommt die gleich mal irgendwo hin. Ja, da. Ja, gut, da drauf. Ne, 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 junger Mann. Sie bleiben gleich mal hier. Okay, sie ist schon auf dem Weg dahin. Das ist gut. Das ist gut, Bad. So, Kinnas. Schafstall. Hier sind auch drei. Hier sind drei. Na, davon wie war dein Tag? Einmal, zweimal. So. Ich fahre eine Bergfahrhütte und die Angelhütte brauchen wir auch noch, ne? Guck mal her, du. Geh mal da hin. Ich fahre eine Bergfahrhütte. Ah, äh. Ah, hä. Ich fahre eine Bergfahrhütte. Drei Häuser drauf. Ja, dann machen wir jetzt die Angelhütte und sobald Bergbau weg ist, kommt dann... Kommt hier dann, äh, das Silo hin. Wir brauchen, wie gesagt, jede Menge Essensvorräte. Oh, das ist praktisch, dass wir nicht weit hier hin haben. Haben wir die anderen schon freigelegt? Da oben ist irgendwas, ne? Ach, der Riese. So, Junge. Äh. Ja, doch. Komm. Du fängst schon mal ran. Angelhütte. Ich brauch die Angelhütte. Ach ja, Kinnas. Warten Tag wieder. So, du bist immer noch mit ran. Oh, hab ich jetzt den... den Shit? Ich hab den... Du bist immer noch mit ran. Ach, scheiße. Da ist nix. Hier ist Eisen, ne? Ja. Da ist Eisen. Das sind zwei Weife. Warum ist der Riese? Ach, das Gute ist halt, da kann dir halt so nix kommen. So, du gehst gleich angeln. Komm. Du gleich mit. Äh. Freust dich auf morgen? Das ist schön. Ich mach grad mal alle Heizungen auf, dass die alle mal Durchfluss haben im Lager. Oha. Ja, dann hau mal rein, du. So, wir brauchen ja Holz. Oh. Hier brauche ich Holz und Stein zum Aufwerten. Holz haben wir gleich. Und Stein. Ja, sollte im Moment dauern. Weil wir können erst anfangen aufzuwerten, wenn das Ding aufgewertet ist. Und das brauche noch... Das brauche halt... Ja. Ja, hört auf zu mosern. Ich brauche noch zwei Steine. Das sind gute Gussheißkörper. Die werden schnell heiß und auch richtig... Du meinst diese Rillen, ne? Oder? Diese Rillendinger? So ein Ding hab ich auch hier. Ja, halleluja. Endlich. Aus, ehrlich. Jetzt brauchen wir noch mehr Steine. Ich globe so ein kleines Häuschen. Irgendwo. Irgendwo. Ja, da. Schaufstall rein. Wo ist der? Zumal mein Kollege diesmal auch warmen Wassermittel angeschaltet. Uh. Luxus, ja. Aber richtiger Luxus, du. Ja, das ist doch schön. Vielleicht noch irgendwo... Ach ja. Aber eigentlich wollten wir hier den Scharfstall reinsetzen, ne? Was, ein warmes Klo? Ja. So was soll's geben, Bad. Kann man hier irgendwas auf... Bereich entwickeln? Nö. Dann müssen wir den, glaub ich, später entwickeln. Kannst du kämpfen. Ach so, die laufen hier nicht über die Grenze. Okay. Laufen die über die Grenze? Auch nicht. Ja. Müssen wir uns doch nochmal von irgendwas trennen. Würde ich sagen. Das ist eh nur einer. Komm. Bauen wir gleich nochmal neues. Das ist ein Mythos. Hobbock. Wo du nicht am Pissbecken dein Seil rausrührst. Ja. Das ist bestimmt angenehm. Oh. Wo? Alter. Dieser freche Wolf. So. Wir reparieren mal. Aber können nicht mal ein Krieger... Können wir den ersten Krieger und kostenlos? Ne. Verdammt. Das organisieren wir doch mal ein Festmahl. Vor allem, wenn es draußen kalt ist. Ja. Ich... Ja. Ja. Es ist sicherlich sehr interessant, sich da einen abzufrieren. Ja. Essen... Wir haben... Ja. Oh, Jungs. Gucke mal. Dann lass uns doch mal hier... ein Silo hinbauen. Du gehst wieder dahin. Und du auch. Und du baust. Bauen wir mal das Silo schneller. Bauen sie es schneller. Bitter schon froh, dass wir hier keine Hallusschüssel haben. Oh. Das wäre sehr ungenehm. Oh. Das wäre, glaube ich, ein sehr unangenehmes Gefühl. So. Bauen wir das Silo. Schneller. Schon aufwerten? Nein. Aber wenigstens haben wir jetzt 800. Ha. Noch drei Münzen. Komm. Nochmal Festmahl raus. Ich brauche einen Krieger. Ja, Halleluja. Es sind fünf. Hier sind zwei. Da ist einer. Wo ist mein Krieger? Da. Komm mal hier. Äh... Vorteil ist egal, wie dringend du ein Ei lingen musst. Berührt der hinter die... Ja, dann verschmilzt... Dann frierst du immer fest im Winter, würde ich meinen. Ich weiß... So. Wie können wir hier reinsetzen? Zwei. Zwei. Die Jagdhütte. Vielleicht schon wieder voll. Das heißt mal... Jungs, kommt mal hier herarbeiten. Ich nehme gleich mal zwei mit. Wie sie sehen... Äh... Sie... Ja. Können wir Häuser hier weiter? Auch nicht. No money. Der Krieger ist ziemlich mitgenommen. Das ist schlecht. Guck mal her hier. Mach den mal weg. Wir können halt nicht heilen, ne? Ich hab da noch keine Heilerhütte. So. Einmal schnell. Ich will ja eigentlich mit dem Bonus damit haben. Der braucht 150. So. Einmal schnell abbauen. Oh. Weil, wenn ich das hier wegmachen kann, dann kann ich... Ja, shit. Die Heilerhütte müssen etwas mehr geben. Määä. Ist hier drin auch zwei Wölfe? Zwei Wölfe. Ja, wow. Jung, du komm mal hier hin. Ah. So, das Knacken hast du, Leitung. Guck mal los. Schalte gleich vom Pausenraum. Alles klar, Beth. Bis später. Weißt du, was ich lustig finde? Laut RT hat die Telekom gesagt, unser Anschluss geht. Wieso blinkt dann die Powerleuchte und er findet keinen Verteiler? Hm. Ja, und du? Also, Essen produzieren wir ja genug. Produziert mal mehr hier. Wo werde ich jetzt ran gedürfen? Da. Mach weg den. Späher mehr. Komm her. Ja. Jawohl. So. Jetzt machen wir erst mal das Wolfi da vorne, den Halben. Komm, den Wolf Schaste. Komm. Komm. Oh, Gott sei Dank. Die haben meinen Kollegen wieder angerufen. Der hat einen Termin für Montag gemacht. Er bekommt 30 Minuten später den SMS-Termin für Samstag. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, ich aber auch, du. Ich aber auch. So, ihr könnt drei Hütten nennen. Da bin ich ja mal gespannt. Heiler Hütte. Und ein Silo muss hier auf jeden Fall hin. Und noch ein... Und auf jeden Fall muss hier noch ein... Ah, guck mal. Auf jeden Fall muss hier auch noch ein Turm mit da hin. So. Komm mal hier. Baut mal. Dann war gleich mal zwei zum Bauen. So. Das ist fertig. Jungs, da könnt ihr jetzt Jäger machen. Habe ich denn das nächste Erz? Da. Warte, warte, warte. Ich hole mir noch eine hin. Weil langsam wird's witzlos. Die Fritzbock sagt, der Fehler ist am Kabel irgendwo auf den Herzen vom Router weg. Ja, dann kann das ja nur draußen irgendwo sein, oder? Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. So, du bist jetzt Heiler. Ja, ich arbeite dran. So, ich glaube, es ist auch noch ein Silo. Komm mal rein. Ach, Gott sei Dank. Müssen wir mal gucken, ne? Wir brauchen auf jeden Fall... Na, jetzt posten wir mal ein. Da passen auch nur zwei. Wenn der voll ist, geht der mal hier zu den anderen Beinen. Hier ist Kohle drin. In dem Grab. Oder im Haus. Auch wenn ich das bezweifle, weil der Hauskatz dem abgeschlossenen Keller bei uns im abgeschlossenen Schrank... Okay. Im abgeschlossenen Keller, im abgeschlossenen Schrank. Hört sich auch interessant an. So, wie viel braucht der? 150. Ja, jetzt Witter expandieren ist, glaube ich, keine gute Idee. Wie viel Platz habe ich noch? Ich brauche neue Bewohner, ne? Ich weiß, ihr wollt... Ja. Die sind nicht glücklich. Die wollen neue Häuser. Aber für neue Häuser brauchen wir mehr Money. Und Money ist aktuell nicht, äh... Ne? So. Junge. Komm mal hier rein. Und wenn er einen weg macht. Oder auch nicht. Den war wohl nix. Ist für das komplette Grundstück, deshalb ist der zum Abschließen, weil der im selben Raum ist wie... Ja, das kenne ich auch. Das... Das mit... Dass die Geräte dann so sind. Das kenne ich auch. Hä? Habe ich nicht? Achso. Junge Frau, gehen Sie mal da hin. Obwohl, warte, 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 warte. Halt, halt, halt. Habe ich noch irgendwo Platz für ein Wohnhaus? Nee, sieht schlecht aus. Ja dann, äh, junge Frau. Gehen Sie mal. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich meine, Essen haben wir genug. Komm, helf mal mit rein. Und die Schlüssel für den Keller haben... Das ist es, ich und einer meiner Kollegen. Da rein will, muss der ein von uns fragen. Auch nett. Die sind nicht glücklich, die Leute. Was machen wir denn jetzt? Der Speer ist tot. Ja, ich schiebe mir gleich 9. Ist der Vollgehalt? Ja, ist er. Na, komm mal her. Komm, erst mal, mach erst mal den da weg. Das ist schon halb tot. Oh, 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 oh. Müsst du den noch bisschen heilen? Wir brauchen den Platz. Komm her. Wir brauchen den Platz. Ist halt, wenn... Ja, ne? Wenn wir ihm was mieten... Ja. Ist halt... Schon... Ne Kiste, ne? Oh ja, Hausaufgaben. Oh ja, jetzt... Jetzt werden sie glücklicher. So, du, komm mal... Ach so. Du geh mal da. Und dann erkunde mal hier. So, dann bauen wir einmal... ...das hier rein. Guck mal her. Guck mal her. Ich glaub, Eisen ist... Hatten wir nicht gerade Eisen abgebaut? Ne, ach ne, ist schon weg alles, ne? Ja, ich weiß. Die Kohle wird knapp. Jammert nicht. Ist ja schrecklich mit euch. Ah, ja, moin. Da brennt ein Haus. Ich weiß, dass ein Haus brennt. Da kommt aber gleich ein Dorfbewohner raus. Der kriegt den Spaß dann. Moin, Stefan. Moin, Iron. Und dein Internet laggt. Oh, Kacke. Ist nicht gut. So, Jungs und Mädels. Einmal. Zweimal. Jodner will keine... Ach, komm. Essen haben eigentlich wenig Probleme mit. Hier. 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 So, jetzt kommt Manni auch noch hier raus. Ja. Ist es das? Na, das tut mir leid. Oh, 150 für den. Dankgeber. Ah, warte mal. Wo? Aber der ist schon wieder. Ich glaube, dann gehen wir erstmal hier aufräumen. Damit wir hier dran kommen. Konquest. Oh, ich glaube, ich habe noch mal von vorne angefangen. Ich habe letztes Mal so geraged, bitte. Äh, dass ich keinen Bock mehr hatte. Und... Ja. Und, Tana? Und, Tana? Und, und? Was, und? Ja, ich habe jetzt nochmal meinen, meinen, meinen Dings-Clan. Ich habe ja mal eine Zeit lang einen anderen Clan gespielt. Und versucht, mit dem weiterzukommen. Das war eine Katastrophe. Wo ist denn mein zweiter Krieger? Da. Genau, ich wollte ja die Plattformen. Jungs und Mädels, ranhallen die Walküre. Ja, ja, der Monitor ist da. Der steht hier. Ist aber ungewohnt, weil ich in rechts jetzt stehe nach. Und nicht mehr, äh, nicht mehr links. So, ein Haus. Ja, fehlt uns. Ich brauche einfach auf Münzen. Ich brauche erstes, ich muss erstes Haus aufwerfen. Ich brauche mehr Leute. Ich habe hier zwei Häuser gebaut. Eins, zwei. Ich dachte, ich hätte mehr Häuser gebaut. Ja, es sind wirklich nur zwei. Das ist ja nichts, außer Brauereien muss ich noch ein. Ich glaube, nein, kann ich erst mal wieder irgendwie... Achso, wir haben noch eine Holzfällerhütte. Seefahrer. Ach, ihr. Die Speer sind aber auch welche, ne? Bei uns daheim ist auch wunderbar. Das ist super. Hat ja nur etwas länger gedacht, ja. Ja, ich... Ich weiß. Nur in dem Modus, Iron, muss ich halt schnell die Essensgebiete einnehmen, bevor die anderen kommen. Damit ich den Baum kriege. Weil die liebe Ecke vom Kater momentan ein Loch hat und Gefahr hat. Wenn er durchfällt. Was? Was? Mein Headset wurde von den Verbrechern gestohlen. Was? Hä? Oh. Ach, du Schande. Ja, aber wenn du das... Das musst du denen melden, ne? Was? Was? Wie? Ja. Was? 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 Was ist das, Steinbruch? Komm, drück den Typen da raus. Und gemeldet, dass Geld war, zehn Minuten später wäre er da und dann nochmal bestellt, der Elberts, ja. Ja, obwohl das Kanäle mit den anderen genauso passieren. Das ist so komisch teilweise. Oh. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Ohne Holz nix los. Ja komm, wir müssen sowieso nochmal warten. Wo? Aha. Aha, guck's dir an. Da kommt er, der, wie er auch immer heißen möge. Oben sind die Seephörer, ne? Ja, da. Geh mal ran da. Oh. Oh. So, das geht grad nicht. Ey. Hier in Durchschnitt zugekommen, guck mal. Weil hier ist ja überall abgesperrt, hier unten. Ah ne, hier auch. Hier können sie rüber. Weil ich wollte eigentlich das Steingebiet da auch noch haben. Einfach nur, um den anderen auf den Sack zu gehen. Ah, jetzt brauche ich wieder einen Heiler mehr. Ja. Jetzt brauche ich wieder einen Heiler mehr. Komm, mach mal schneller, hier. Euer Clan wächst nicht. Auf der Klippe? Hier sind aber drei Drucker drin. Und der hier, Thorsten Zorn, ist nochmal schön zum Kämpfen. Das ist schön. Uah. Die beiden gehen dann gleich darüber. Ja, da sind drei Druckbar ist immer für den Kriegsdings alleine. Ich hab keinen Bock auf dieses rein, raus, rein, raus, rein, raus Spielchen. Außerdem lass mich doch spielen, wie ich möchte. Du spielst ja sowieso nur einen Clan. Also mal, Jungen. Ne? Alles zu seiner Zeit. Ja, ja. Ich frag ja nur. Ich will ja nicht spoilern, aber darf ich einen Tipp geben? Oh, wenn ich die Sätze schon höre. Solltest du am besten wissen. So, du gehst wieder dahin. Ja, aber ich kann die nicht alle sofort immer holen. Das muss Stück für Stück. Du musst ja auch erstmal ein bisschen sammeln. Außerdem kamen die Seefahrer jetzt auch noch. Die sind jetzt weg, ne? Ja. Musst du halt erstmal den Clan wieder... Ne? Du musst ja auch erstmal den Clan wieder zum Sachsen bringen. Das bringt ja nichts, wenn ich die Felder hole und hab keine Leute. Also war jetzt die Brauerei... Brauchte ich Platz, um eine Brauerei zu stellen. Und jetzt bewegt sich der Balken auch wieder. Der bewegt sich leider langsam, aber... Also beim Hirsch-Clan geht das schneller. Dana, es gibt für alles ein Guilden-Treffen. Dann siehst du eben die Clan... Was ist da los? So. Oh mein Gott. Darf man wir ein Guilden-Treffen irgendwann mal alle? Das wird interessant. Das wird interessant. So. Packst Werfer könnte ich mir auch. Da, Jung. Du baust hier mal kurz. Komm mal her. Und ich habe Sorge... Kann man hier drauf bauen? Ne, natürlich nicht. Da ist auch noch einer. Wer blutet denn hier? Ach, der Speer! Stehen ja jetzt beide Speer ineinander? Junge, komm mal nach Hause. Du blutest. Na, ja, es geht. Es geht nicht. Es ist gegen die Menschenrechte. Was? Was ist gegen die Menschenrechte? Sein Speer zu heilen? Hier, baum mal fertig. Das ist da. So. Jetzt sollten wir erst mal fahren. Okay. Guck mal, wie der... Da. Weißt du? Der Speer hier, ne? Ja, bleib da stehen. Du musst geheilt werden. Lass dich mal heilen, Meister. Das sind immer diese... Ich will das Schaf nicht mitnehmen. Schaf, kannst du mal da hinten hingehen? Das sind immer diese Schafe. Holz, ja, Holzfäller wäre auch nicht schlecht. Ich weiß. Oh ja. Das jetzt auch gleich noch. So, jetzt probieren wir es mal. Ja, den sollten wir vielleicht mitnehmen. Ein Herz für Schafe. Ja, ich bin ja der Ziegenclan, ne? Ich hab ein Herz für Schafe. Ich hab 17 Stück. Iron, ich hab 17 Stück davon. Ja, der Clan wechseln. Ich mach den jetzt schon wieder. Ein kostenloses Festmahl. Hau raus. So. Dann hätte ich hier gerne mal einen Axt. Ach so. Eigentlich sollte der da nehmen. Ups. So, Junge und Mädels. Nächste Wetter rausgepresst. Silo. Äh. Den ein oder anderen kann man ja mal treffen, Stefan. Aber alle auf einmal wird viel, oder? Aber doch nicht auf einem Haufen. Das ist Igitt. Na. Ich glaube, das könnte sehr anstrengend werden. Alle auf einen Haufen. So. Wir müssen die Silos upgraden. Ich brauch 2.000. Ach guck mal. Grün kommt. Scheiße. Ist das hier ein Jagdgebiet? Ah. Ich glaube, ich werde das nicht brauchen. Hallo? Junge Frau. Sie nochmal dahin. Junge Frau. Junge Frau läuft. 1.600. Oh ja. So, Leutchen. Reparieren. Geh mal reparieren. Du auch mal. Wenn ich die jetzt wegnehme, habe ich kein Holz mehr. Uschi. Ja, komm. Geht nicht. Scheiße. Hä? Ach, hat er schon repariert. Noch 3 Level, dann 60. Okay. Oh. Das ist doch ein Verkriegproblem. Ah. Das ist doch ein Aktion. Ach, war. Das ist doch ein Aktion. Das ist doch ein Aktion. Ja. 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 Ahoi! 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 ist weniger das Problem. Holz ist das Problem. Wand kriegen wir fest mal. 1700. Ja, okay, das könnte ein bisschen... Die friert. Ich hole mein Schaf hier rein. Hm. Weißt du, Wart? Wir gehen jetzt darüber und machen dem dann den Lager platt. Und organisieren uns. Und zerstören die Gebäude. Kriegen wir hier auch noch noch Zeug. So, Jungs. Dahin. Dahin. Okay, sind beide da. Ja, ja. Dann wird er extra. Ja, das wird nichts... Ich geh mal hier ein bisschen Krawall machen. Na, kommt. Ihr seid halb tot. Da ist der Chef. Und direkt die Gebäude abreißen. Ah ja, die sind ja zu zweit, ne? Oh, da steht jetzt, wenn er vermisst. Der grüne Pferd. Grünes Pferd. Ich mein, wir produzieren ja jetzt gerade Holz. Aber die sind trotzdem alle nicht glücklich. Ja, das ist schwer, Hütte ist weg. So, was kriegen wir da? 30 Holz. Jawohl. Und tschüss. Essen brauchen wir auch nicht mehr. Das kriegen wir auch so hin. Da brauche ich jetzt einfach nur... Tümpchen. Dann wollen wir gleich mal probieren, ob wir hier reinkommen und die Weiküren. Wir sind schon in dem vierten Jahr. Ich habe auch Pferdeklan, das ist der, der vor dem Kragen kam. Ich habe mit dem auch noch nicht so viel gemacht. Einmal Livestream haben wir gemacht, glaube ich. Wenn ich jetzt da runtergehe, dann sehen wir kaum was, ne? Ah, Monster. Ja, ich glaube, wir gehen von der Seite ran, dann sehen wir wenigstens ein bisschen was. Ich will halt nur eben warten, bis der Turm fertig ist. Na, aua, geh weg. Mann, bleib weg da. Jetzt brauchen wir Holz. Wir brauchen ganz, ganz dringend Holz. Ich würde fast sagen, wir bauen noch fix irgendwo... Holzfäller bitte hin. Wir brauchen ganz, ganz dringend... Achso, die muss ich aufwerten, ne? Der kann nirgends wohl mal rein. Okay, komm, dann... Mach du hier den hier. Und mit euch, Ladies... Gehen wir schon mal hier lang. So. So, ist die voll? Ja. Ist die voll? Ja. Oh, bitte. Auch noch. Ah, guck mal, da haben sie drei Stück. Na, komm. Greifen wir mal die Lady hier. What? Habe ich jetzt einen verloren? Ja. Einen Axtwerfer habe ich verloren. Komm. Ach, guck mal, die sind schon angegriffen. Die eine ist nämlich schon... Siehst du das? Die eine ist hier schon ziemlich... Ist es die da? Nee, die da. Komm mal her, Oshiii. Und raus mit ihm. Ja, Wellküren. Du meinst das hier, ne? Ja, ja. Du weißt doch. Ich mach's mir doch nie einfach. Gänzt doch. So, hier ist ein Krieger. Ich brauche den halbwegs gesunden Krieger. Der bleibt nämlich hier. Die anderen sind auch nicht. Weil die kommen gleich. Ich brauche ihn nicht mehr. Ach, die folgt dem noch gar nicht. Shit. Dass ich angefangen habe, ein Clicker-Spiel zu programmieren. Ja. Und? Wann wird's veröffentlicht? Wann darf ich's zeigen? So, einmal. Und der letzte. Jetzt können wir genau 2000 machen. Jetzt müssen wir die Mitte freiräumen. Schnell. Weil das ist jetzt das letzte Jahr nach dem Winter. Hast du ja auch noch nicht gestreamt. Du hast mir gar nichts gegeben. Oh, ups. Ja. Oh, ups. So viel dazu, Meister. Du hast mir auch gar nichts gegeben. Ja. Ja, ja. So, dann kommen die mal hier hin. Leila haben wir zwei. Wunderbar. Später haben wir einen aufwärten. Dann kann ich nur weiter spazieren gehen. So, jetzt halten wir die Leute hoch. Dann können wir die da reinkommen. Guck mal, die sind schon wieder angegriffen worden. Wie greift die denn an? Kommen die hier durch, ja? Also, du machst einen 10-Minuten-Stream. Das war... Ja, du, macht ja nichts. Achso, nee. Der da nicht. So. Geh mal da rein. Müssen die Ladies hier... Warte mal, ich muss die mal ausdrucken. Irgendeiner ist das schon wieder. Verletzt! Nein, du da. Jetzt hab ich schon wieder den Falschen. So, mach das mal die eine da weg. Da ist schon wieder einer umgefallen. Warum macht mir die Valkyre da weg? Und raus. Jetzt hab ich keinen... Einen Krieger hab ich noch. Den ich gerade hochheile. Einmal alle geopfert. Ich weiß, die sehr stark sind. Schlimm ist auch, wenn du dieses mit den Helheim-Dingern hast, wo die ständig angreifen. Am Anfang kommen ja nur die Kleinen und irgendwann kommen ja die Valkyren. Und dann hast du ja Valkyren, Riesen, alles auf einmal. Alter, hab ich schon gedacht. Das kann ja wohl nicht da sein. So, dann macht der Krieger noch. So, jetzt machen wir die letzte. Weg! Weg mit ihr! Ah! Jawoll! Ach, guck mal, 1500 sogar nur. Letztes Mal brauchte ich 2000 zu besiedeln. Und im Multiplayer brauchten wir 3000. Haben sie gesenkt? Hast du gesehen? Das wurde gesenkt. Die haben was gemacht. Iron. Ja, ich hatte denen ja das Feedback von euch geschrieben. Es ist mir jetzt egal, dass der Wolf da oben angreift. Ich bin am Besiedeln. Ich bin bei fast 70%. Der Baum gehört gleich mir. Und dann hab ich gewonnen. Es besteht Hoffnung. Weil Drowny sagte schon, dass er im Singleplayer durchgekommen ist bis zum Ende. Dann haben die irgendwas gemacht. Müssen sie ja. Bam! Dann müssen die irgendwas gemacht haben. So, was haben wir hier? Der furchtbare Schneesturm. Nur die Ruhm reichen, klar. Das ist jetzt das mit dem Ruhm, ne? Ja. Bei Ruhm ist die KI immer sehr aggressiv gewesen. Werdet berühmt, wenn ihr... Okay, das ist hier auch Ruhm. Immer zum Jahr erhält der Spieler mit den meisten Ruhm-Ressourcen die Perspektive. Ja. Ich denke mal, wir werden ruhmreiche Wikinger gleich nehmen. Ich bin aber mal ganz kurz für kleine Mädchen. Ich bin sofort wieder da. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warte mal ganz kurz, du musst vor kurz hinbauen. Ähm, nee, und nicht unbedingt. Obwohl, das... Du musst halt immer gucken. Wenn du guckst, ich hab hier das nächste Ding. Da muss ich erst mal rankommen. Ich hab diesmal einen schlechten Ausgangspunkt erwischt. Beim letzten Mal hatte ich gleich mehrere von den Dingern. Aber da musst du erst mal runterkommen. Ja, diesmal ist irgendwie... Ah, siehste, mein Schafstall. Und meine Nahrungsmittelproduktion. Ja, halleluja, Tana. Du bist auch nachlässig. So, junge Frau. Sie müssen mal eben kurz das Ding da bauen. Dann können Sie sofort weiterangeln. Scheiße. Ich hab's verkackt, Irene. Ich hab meinen Dings nicht gebaut gehabt. Das war's. Ah. Oh, mein Essen. Schade. Wo ist sie? Perle, wo bist du? Ähm. Randa. Haben wir jetzt Schafe drin? Nur eins. Komm rüber, Hoppel. So, wer ist es? So, wer ist denn ich? Okay, wieder hangern. Gut da rein. Gut da rein. Du musst jetzt hier mal mehr essen hier. Ach, nee. Kann ich nicht jetzt endlich aufwerten? Jetzt fehlt die Kohle. Ich, ich, ich krieg die Krise. Wisse, warte. Oh, da sind drei Wölfe drin. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Ja, ohne, ohne Moos nix los. Herr Krieger. Wollen Sie doch mal, Sie müssen jetzt mal hier alleine ran. Ja, ich hab keine Kohle. Ich kann nichts bauen. Und ich hab auch keinen, glaube ich, keinen Platz mehr. Nee. Iron, ist grad schlecht, wir bauen. Ja, das steht, dass deine Händler dann mehr kriegen. Aber ich hab ja noch nicht mal ne Händler. Ich brauch erstmal Platz für Händler. Ja. Obwohl, die doch das Schiff haben, ne? Ja, müssen wir gleich nochmal machen. Ich brauch einen Handelsposten. Nur dieses auf Händler klicken bringt mir gar nichts. Ich brauch definitiv einen Handelsposten. Oh, das ist ja gut zum Patzen, ey. Komm, Heilin, hoch. Da oben sind auch drei. 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 Von unten kommt schon der nächste, glaube ich, irgendwo. Irgendwo hab ich da hier ne Linie gesehen. Da. Irgendwas ist hier. Ich glaub, die, 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 die kleinen Scheißer sind da. Aber hier kommt der rote. Äh, orange. Das ist der Bärenclan kommt hier von rechts. Scheiße. Ja, Bärenclan ist, der Bärenclan ist, der Bärenclan ist nicht gut. Sonst, komm hier. Das müssen wir anders machen. Kommen wir nie weiter hier. So, einen haben wir. Das sind ja jetzt richtige kleine Biester. Ich, als wir uns der Bärenclan ist, der Bärenclan ist nicht gut. Ja. Du musst mal da mit ran. Du gehst da rein. Und du gehst auch da rein. So, Kinders, haut raus. Das ist ganz, ganz kritisch, dass der Bär hier kommt. Ich hab ja den Bären, den Drachen. Ich hab sogar zweimal Bären-Clan. Hey, Lady. Iron, ich hab sogar zweimal Bär hier. Einmal Eber und einmal Drache. Autsch. Das könnte... Zwölf... Handel. Das könnte kritisch werden. Was ist auf meinen Heiler anzugreifen, Mann? Alter. Oh, der ist totale. Scheiße. Jetzt pflegt er aber vor hier. In zwei Stunden ist die neue Overwatch-Season. So, kann ich jetzt aufwerten? Jo. Das ist ein Altar. Den Altar brauchen wir. Ganz dringend. Hier müssen wir sowieso bauen. Brauerei wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber erstmal sollten wir uns den letzten Wolf da noch angehen. Ach so, das sind zwei. Shit. Ich mein, drei versus eines ist hier so... Ja, du bist ja im Prinzip einer gegen vier Leute und das sind immer Teams. Die greifen dich auch in Teams an. Und das ist sowas von schwer, finde ich. Hier, guck mal hier. Da will er dran. An die Dinger will er alle dran. Theoretisch müsste ich jetzt gucken, dass ich hier... Ja, dass ich da rankomme. Ein Aufwertung kostenlos. Okay. Ich brauche meine Kriegs-Dings. Ja, ja. Das Schlimme ist, die kommen immer zu zweit. Ja, geil. Jetzt fehlt mir das Silo. Alter, ich glaub's doch nicht. Ja, ich kann die gucken. Der starb hier. Jetzt fehlt das Silo. Ich glaub, es hackt. Die haben keinen Platz für Silo. Komm. Tu ihnen so viel weh, wie du kannst. Und dann wieder raus da. Wir brauchen die Kohle. Scheiße. Ah. Und dann müssen wir da sofort da oben. Oder hier. Und dann darüber. Hier sind ja auch nur noch drei. Aber ich brauch halt den Chef, ne? Ohne Chef nix los. Nein, jetzt keine Aufwertung. Wir brauchen erst den Chef. Oh, guck mal, die haben den Bärten schon angegriffen. Oh, ich hab die Viva entdeckt. Oh, wow. Au. Oh, wow, wow, wow. Wenn der Winter vorbei ist, krieg ich die Kohle. Aber wir haben das Problem. Wir brauchen auf jeden Fall schnell... Warte mal. Ah, ich kann. So, komm heran hier. Komm, die müssen weg. So, ich bekomme Essen, Holz, Money und... So, jetzt aber... Ah! Warte mal. Kann ich den da weiter? Ja. Da muss ich den da rein. Ist da einer, der das bauen kann? Nee. Jung, bau mir das Silo. Schnell! Schnell! Ich hab Kontakt hergestellt mit... Ja, aber die haben das erste Lied schon. Scheiße. Äh, wo ist er? Spiel allein. Komm mal ran hier. So, du bist da. Geh mal hier rein. Wir müssen jetzt zum Gegenangriff. Eine viel Gebiet aufwerten, damit du ein Gebäude mehr bauen kannst. Dein Bergmann ist arbeitslos. Ja, ich war... Ja. Und ist er halt jetzt gerade. Ich muss mich jetzt um ein anderes kümmern. Wie geht jetzt da ran? Ich muss verhindern, dass die näher an mich rankommen. Einmal, das ist viel wichtiger. Jetzt kann ich gleich wieder die Runde aufgeben. Wenn die mich hier einkesseln. Dann ist die Runde nämlich gelaufen. Guck mal, das ist scharfe drin. Heiler, kannst du mal den Kriegshäuptling bitte heilen? Ach, komm drauf. Scheiße, war auf die Skibe Tod. Der Krieger zwar hoch, aber... So, erstmal ist Kaya weg. Naja, ich komm wieder. Perle. Perle, ich komm wieder. Perle ist draußen. Oder ist die hier drin? Ja, die ist hier drin. Perle, ich komm wieder. Perle ist draußen. Du kriegst mein Land nicht. Da ist die Vivoren. Da oben sind die Riesen. Ah, den einen hat's da neu erwischt. Uschi? Oh, der ist heilen. Der bleibt drin. Oh, da kommt der Nächste. Nicht immer, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Es gibt auch Modi, da ist es, glaube ich, sinniger auf Verteidigung zu gehen. Gerade, wenn du zum Beispiel den Baum machst. So. Meins. Da direkt den Turm rein. Das ist mein Flieger. Flieger, geh mal da hin. Wir greifen uns schon wieder den Heiler an. Oh, auf meinen Heiler anzugreifen, doch. Jetzt kannst du den Heiler angreifen. So. Ich glaube, ich könnte einen Heiler mehr gebrauchen. Krieg, kriegst du den Heiler an. Kriegshäuptling. Warum muss der Speer dennauernd verrecken? Warum machst denn du das? Ja, ja, eigentlich schon. Aber ich muss jetzt erst mal gucken, dass meine Leute wieder hochgehalten werden. Ach. Was ist denn hier Trio bei dir? Der andere Heiler. Okay. Ich weiß nicht, wenn du nichts zu tun hast. Ach Gott, da kommt ja schon der Nächste. Wo kommst denn du her? Ja, es tut mir leid. Jetzt komme ich. Es tut mir leid. Kann ich das noch erweitern? Der Nächste, der gleich spawnt, der baut mir den. Ach, du hast ja auch nichts zu tun. Du gehst mal da ran. Jungens, Mädels, haut rein. Alles klar, Hiren. Kannst du mal den Herold zuerst rein, bitte? Danke. So, Krieger hier. Ja, besiedeln kann ich noch nicht. Da fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen. Futter. So, haut rein da. Wurde ich fast sagen, wir nehmen den da hin. Der geht mal da rein. Habe ich eigentlich schon... Ne, habe ich noch nicht. Das Ding ist leer, ne? Du hast nichts zu tun. Der hat gerade nichts zu tun. Der geht erstmal hier hin. Ah, guck mal, die sind da auch nicht schon wieder am Feigen. Immer erst auf den kleinen Krieger, ne? Wo laufen die denn da? Komm, hier. Oh, der muss raus. Oder auch nicht. Scheiße. Ah, nein. Oh, Tana. Nicht aufgepasst. Aber den Bereich muss ich mal holen. Ja, das war jetzt dumm gelaufen. Das war jetzt echt dumm, dass der Chef da rumgefallen ist. War das Resetten? Lady um acht? Okay. Ah. Spider? Jim. da muss ich wieder aus 10 von den Dingern abgeben da ist der weiß da ist der Kran ihr belegt den ersten Platz ihr werdet angegriffen dann läuft immer durch mein Gebiet wo ist denn mein Steinbruch ach da wo ist er denn da du musst da dran wo euer Ernst ihr tut das wirklich das glaubt doch nur ihr weg mit dir ich brauche mich nicht gleich zu weinen wahrscheinlich ein bisschen mehr so komm her du Riesenbär ja 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 das Haus haben wir aufgewertet das Haus ist aufgewertet mehr Räuschen haben wir gar nicht guck's dir an schon wieder ja 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 da ja 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 das ist ja 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 Da sind die Bar... Guck mal her du... Wieder da mit was zu essen? Was? Das brauchen Krieger... Das war auch nicht... Ich glaube hier sind genug Dorfbewohner... Wie machen wir mit das Feld? Wo ist der jetzt mein Dorf? Nein... Da! Kannst du ja die Achsen wieder bauen... Ach Schitte... Ja... Den Altar habe ich verpennt... In der Frikassee... Oh... Gut... Da brauchen wir Leute... Da brauchen wir Leute... Das sind ja beide hier... Die müssen wir auch noch... Da müssen wir mal Kohle haben... Da... 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 Das... Da... Da... Wenn wir uns jetzt... Gleich... Erst gehen wir hier rein. Moment, ich brauch nur einen Dorfgewohner. So, du da und du da. Und du musst auch da hin. Der ist auch noch nicht fertig. Guck mal, ich bin über 53 Prozent, aber der Altar, ich muss echt dran denken, dass ich jetzt spare und den Altar baue. Wo wären wir denn jetzt schon wieder angegriffen? Da. Moshi! Oh nein, das hört sich noch nicht an. Oh nein. Das hört sich nach einem E-Bahn. Äh, hab ich hier noch irgendjemanden erbaut? So, Frau, können Sie mal kurz da und dann reparieren? Bitte. Oh, shit. Komm, ich hol die mal. Jetzt da runter. Ich brauch noch einen mehr da. Wie, hab ich einen Krieger verloren? Jo. Aber hab ich nicht eigentlich die eine hier? Was ist denn im Altar? Von welchen Clan bekommen die diese Kack-Eber eigentlich? Die sind mega cool und cool. Ich glaube, die kommen vom Eber-Clan, oder? Ich glaube, die kommen vom Eber-Clan. So, warten wir eben, bis die unten ist. Das sind jetzt zwei Schafe drin. Ah, guck mal, von unten kommt der Rote. Hier ist der Braune. Alter. Hier ist das Relikt für den Eber. What? Alter. So. Ja, komm. Wir müssen hier mal... Ah, guck mal, Bergbau ist auch fertig. Warte ich hier nicht mehr mehr. Wo hab ich da noch Herz gesehen? Da ist Herz. Jetzt hab ich die hier leer gemacht? Jetzt willst du das Gebiet? Dein verdammter Ernst? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Dass ich dir mein Gebiet geben werde. Höre mal. Besonders, das ist nicht die Rote. Das ist nicht der Braune, das ist die Rote. So, besiedelt. Muss ich schon wieder 20 aus... Aber ich brauch die Türme. Damit die nicht einfach durchspazieren überall. Hier, reparieren mal. Hat der mich auch angegriffen? Hab ich gar nicht mitgegriffen. Wird noch mehr? Schnee. So, das Gebäude ist voll. Den packe ich mal da mit rein. Das muss schneller gehen. Ich hab noch zwei heilen oder einen. Einen. Junge Frau, Sie müssen gleich wieder auf See. Mann, Dank. Mann, Dank. Hast du jetzt schon? Ich kann's grad wegen der schlechten Quali, auf dem ich gucken muss, nicht erkennen. Ich hab jetzt 942 von 1300. Ich bin Platz 1. Ne? Ich bin 65% und der Bären-Clan unter mir, der Rote, der ist bei 53. Das heißt, wenn ich ihm jetzt das nächste Ding abnehme, gleich, ähm, das heißt, ich werde jetzt gleich hier reinmarschieren. Das erste Beat. Oh, der Rote nimmt den, den Braunen das Ding ab. Okay. Und ich werde dem Roten jetzt das hier abnehmen. Äh, den Braunen. Ich will das Ding haben. Oh, der Krieger. Komm her. Ich meine, der hat nicht mehr viel. Alter, wie laufe ich denn hier? Erstmal schön am Rand lang. Hier sind noch zwei Stück. So, wir brauchen Krieger. Geben mir einen Krieger. Und geben mir den zweiten Krieger. Die kommen gleich alle hinterher. Oh, der hält auf schneller. Guck mal. Ich hab immer noch einen Heiler nur. Komm, ich nehm mal einen Holzfäller weg und lass den noch mit heilen. Geht das schneller. Zweite oder drei Heiler. Ja, ja, ja. Was ist das jetzt? Krieger, geh mal rüber. Ich meine, der Turm kann das auch alleine machen, aber... Ach, guck mal. So, jetzt bringe ich erstmal mein Dings hier in Sicherheit. Das klappt ja wohl selber nicht. Ich gehe wieder da ran. Ach, einer ist noch. Ganz normal. Ne, nicht der hier. Welcher brannte denn? Der da. Da, da musst du hin. Und die gehen jetzt wieder hier rüber. Ach Gott, der brennt ja auch. Ist den aufwärts? Brennt der dann auch noch? Jo. Man kann es ja auch probieren. Scheiße. Hier, reparier mal. So, jetzt repariert da. Man kann es ja mal probieren, wa? So, jetzt aber. So, jetzt alle Mann auf den Schäfter. Der Kleine geht mal raus. Der Kleine geht raus, Mann! Warum? Was soll denn das? Der Kleine wollte einfach nicht hören. Thor hat Opfer verlangt. Das ist beim Drachenclan auch immer so interessant, ne? Wenn du da, ähm... Wenn du da hier, ähm... Deine Sklavenopfers. Du kriegst ja für Sklaven, kriegst du mehr Energie. Diese Drachenenergie, wie für... Wie für... Jetzt kommt die anderen auch noch. Oh, 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 oh. Kleiner Mann, kleiner Mann weg. Du musst da rein. Geh dich mal heilen. Mein Gebiet. Und jetzt zerstören wir ihn. Das kann ich eh nicht benutzen. Aber das Ding steht, glaube ich, jetzt hier einfach drin rum, ne? So, Dorfbewohner, please. Ne, du gehst da dran. Wir brauchen jetzt jede Menge Ruhe. Und komm mal hier hin. Da haben sie große Turm. Was ist hier unten drin? Nix, das haben sie nur eingenommen. Die Vivans krieg ich, glaube ich... Ne, die shoppen wir nicht. Dafür haben wir nicht genug Armee. Und dafür fehlt mir auch die Schmiede. So, wir brauchen den Altar. Ohne Altar geht nix. Wir brauchen den Altar. Das heißt, ich brauche Stein. Haben wir hier noch irgendwo Stein? Bisschen, irgendwer da... Irgendetwas einnehmen, wo es Stein gibt. Da. Hier gibt es Stein. Na dann. Jungens und Mädels. Ihr kommt mal hier hin. Nee, nee, ich habe die auch schon alleine geschafft. Oh, ich höre irgendwo den. Ich höre den. Ich höre den. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Essen. Wir sind schon bei 82... Aber ich brauche den Altar. Ich kann halt jetzt nicht viel bauen. Ich muss halt jetzt, äh... Den Altar bauen. Sonst habe ich echt hier... Was kostet mich denn der Marktplatz? 80. Ich brauche den Marktplatz. Wo? Oh, jetzt greifen die da drüben, Mann. Die kleinen Schweine. Komm mal her. Das greift Rot an. Wobei, einer müsste mal hier... Nee. Nee, warte. Der Kleine muss weg. Wobei, das... Nein, 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 nein. Komm her. Oh, verdammt. Ja, jetzt sind es beide hier. Komm. Fuck. Wobei, das ist hier kein... Ja, dann haben sie das Helheim-Tor. Das ist doch auch nett. Wo greifen sie jetzt an, da oben? Scheiße. Das ist schlecht. Hier muss ich ran. Ja, die greift den Turm an. Jetzt greifen sie an allen Ecken an. Guck, siehst du das? Diese Schweine. Ja, das bringt... Die sind trotzdem an drei Positionen gerade. So, die ist gleich tot. Da brauche ich nicht mehr hin. Aber... Aber, aber, wo ist er? Hier muss ich hin. Scheiße. Wo denn jetzt? Da haben sie angegriffen. Hier ist kein Turm mehr. Komm, mach den Kriegsrollen weg. Alter. Gibt's ja nicht. Jetzt auf die letzten drei Meter, weißt du, machen sie mir das Leben noch schwer. Komm, ich brauch den Marktplatz auf jeden Fall. Komm. Weil, ich brauch Steine. Ich werd da wahrscheinlich so jetzt nicht mehr dran kommen. Hier haben sie nämlich schon eingenommen. Scheiße. Na klar, würde ich Anfänger auch nicht anders machen. Ach, verdammt. Ach, die Tore. Rein da. Wo bin ich denn? Nur da oben, ne? Oh, rein da. Geh ran da. Ich bin immer noch Erster. Mir fehlt nur noch der Dings. Der hier. Wir brauchen uns. Ich brauche im Prinzip nur noch den Altar. Wo hab ich den denn jetzt hingebaut? Äh, den, den, den Laden. Wo hab ich denn den Laden jetzt hingesetzt? Oh, komm her. Alter, euer Ernst? Ehe da. Ich brauch Steine. Ja, komm. Ich hab noch einen davon, ne? Ich brauche noch einen Krieger. Ich kann sogar den Kriegshäuptling rausdrücken, ohne dass was passiert. Ich brauch 300. Die hab ich immer noch. Ich dachte, der wäre rausgerannt. Die beiden wissen ja wohl, ich schaffe ihn hier. Ich brauch wirklich nur noch den Altar. Ein Stein für 40. Oh, gibt's doch nicht, dass da keine Steine drin sind. Ich brauch nur noch dieses verdammte Ding hier. Aber ich hab nirgendwo Steinhadern. Oh, nein. Du Mischstück. Ups. Geh raus da. Jetzt verlierst du wieder drei Steine. Oh, nein. Oh, my God. Nein. Oh, bin ich dumm. Oh, ja, kann ich vergessen. Die überrollen mich jetzt. Oh, nein. Wie dumm. Ey, komm. Ich versuche jetzt hier ans Jagdgebiet ranzukommen. Wir brauchen den Stein. Ich bezweifle, dass wir am Marktplatz nochmal. Das ist aber vier. Das wird nicht reichen. Aber ich muss einmal Kohle ausgeben. Obwohl, nee, wir müssen den Platz zurückholen. Das wird nix. Wir müssen da ran. Weil sonst... Da rechts am Ruhepunkt? Nein, das ist Eisen. Oben rechts. Wo oben... Da! Oh, Mann. Warum sagst du mir da nicht her? Ich fluche hier die ganze Zeit. Ach, wir brauchen nur noch die Schlüsse... Verdammten! Achso, ich dachte, du meintest unten am Bild. So, repariert schnell. Achso, jetzt aber schnell. Schnell, schnell, schnell. Dieses Jahr wird es ein kalter Winter. Nein, jetzt verrecken wir die Leute, oder? Komm, hau rein. Leider... Leider wirkt sich der... Guck auch im Handels... Ja, im Handelspost kann ich nur abgeben hier. Da kann ich nur abgeben. Ja, im Markt habe ich da schon... Da habe ich da schon meine letzten vier geholt. Wow, drei. Ja, wir haben's. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Jetzt brauchen wir Platz. So, Perle, du baum in meinem Altar. Alter, ey. Das Spiel, das kostet Nerven. Das Spiel kostet Nerven. Guck mal, lass uns fest mal. Umsonst. Schade, dass man denen nicht mit mehreren sagen kann, dass sie bauen sollen. Das war wirklich knapp. Der eine ist schon bei tausend. Wenn der die... Die einzigste Möglichkeit für ihn, mich zu besiegen, ist, den Drachen zu töten. Das ist die einzigste Möglichkeit, die sie jetzt noch haben. Aber mein Altar... Ich bezweifle, dass sie das schaffen, bis der hier die 40% hat. Voll. Noch... Ich sehe leider nicht alles. Mein, äh... Mein, mein Spiel hat nicht weiter aufgedeckt. Ihr habt einen Fame-Sieg erreicht. Jawohl. Alter. Was haben wir hier? Eisige Tore. Oh, hier ist es wieder dieses umzingelt. Gemeinsame Siege. Ihr beginnt den... Das hier ist ziemlich schwierig, finde ich. Das habe ich auch mal probiert. Und hier hast du halt... Das ist halt die... Von Helheim die... 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 Die Tore... Nif... Nif... Nifheim. Entschuldigung. Niflheim. Das ist auch mies. Die werden immer stärker, die... Die... Die Wellen, die da kommen. Aber der Bonus beginnt mit einem Krieger, finde ich super. Das ist halt schwierig. Wenn du es zweit spielst, kannst du halt zwei Bonis auswählen, ne? Ich finde halt, beginnt mit einem Krieger immer ganz gut, weil wenn du dann ein gutes Gebiet hast, wo ein Wolf drin steht, kannst du dir das direkt holen. Ich glaube, die Runde machen wir auch noch. Und... Weil wir haben zum Beispiel das Plus 2 Nahrung, hat ja Drownie mal genommen, weil ich ja durch die Schafe ja eh schon Plus... Plus Essen hab, normal. So, probieren wir mal die eisigen Tore. Wir kämpfen gegen Ziege und Drache. Ja, Halleluja. Gerade Drache, der versklaven kann später, ne? So. Aber wenigstens sind es nur zwei Gegner. Ne? So. Ich packe mir mal was nach oben. Hier rein. Speer. Holzfäller. IGB. Also hier sehe ich auf jeden Fall schon mein Jagdgebiet. Was ist hier? Das sind Schafe. So. Frau Speerin. Ist das ein Wolf? Ich sehe noch keinen Wolf. Ich weiß nicht, wo... Ach, da oben ist einer. Ah, ja. Ja, wir haben ja gleich Krieger parat, ne? Wir haben ja direkt einen Krieger am Start. Mal gucken, was wir jetzt... Wir haben jetzt dauerhaft Wind... Quasi kalte Gegend. Aber wir haben halt auch jede Menge Schafe. Ich baue erst mal direkt den Schafstall. Gibt's gleich ein bisschen mehr Essen. Genau, hier ist ein Wolf. Hier ist kein Wolf. Was ist denn der Speer hier? Der macht gemütlich. Hier ist Stein. Da ist Eisen. Oh Gott. Hier. Guck mal. Gleich weit kühren. Das ist das andere freie Gebiet? Yo. Ein Schaf. Dann ist das hier bestimmt Thors oder so. Wenn hier schon eine Valkyra ist. Hier ist ein Schaf drin. Hier ist Wald. Da können wir den... Zweiten Holzfäller mit reinsetzen. Aber hier sieht man schon die blöden Riesen. Am Rand hast du gerade gesehen. So. Dann lass da erstmal ein bisschen sammeln. Nee, nee, das ist nicht der Riese. Das sind die... Oder kriegst du die Helheim-Riesen auch? Die Niffelheim. Die Niffelheim. Sag mal Helheim, das ist ja Niffelheim-Portale. Ich weiß, dass ich die besiegen kann. Das haben die letzte Mal gemacht. Dann brauche ich jetzt noch einen Holzfäller-Portale. Ich brauche mehr... Ich brauche mehr Holz. Da, die da. Die hier. Die Fett hier? Nee, 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 die Fett hier. So. So. Ja, ja. So. Oh, hier in der Ecke am besten mal rein. Junge Frau, sie könnte mal hier, ne? Ja, da gibt es ja auch Punkte und alles, aber... Man muss halt auch aufpassen, du hast hier halt jeden Winter... Halt, harten Winter. So, kommen Sie mal ran hier. Ich hätte gern das Jagdrevue hier, wenn Sie es dagegen haben, Herr Wolf. Danke. So, Silo kommen wir auch. Ach so, Junge Frau. Holz. Holz. Hä? Ach so, ist mein Gebiet schon. So, jetzt warten wir mal kurz. Gott sei Dank gehen da drei Häuser rein. Immer dieses Warten auf Holz. So, du brauchst 80, ne? 80, 100, ich finde, der braucht nur 50 für 10. Was hat denn der da freigesetzt? Ach, da ist, siehste? Wusste ich's doch. Thorsten Zorn. Aber meistens steht die hier nicht alleine. Obwohl doch, die ist... Die ist bloß hier alleine. Okay. Oh ja, die kommen. Oh ja, die kommen. Alles klar. Oh ja, die kommen. So, einmal, zweimal Wo ist er denn jetzt? Ach, da hinten! Verdamm Ja, ich weiß, wir brauchen mal Häuser Hast du noch vier rein? Nein, ich brauche Holz Guck mal her, ich brauche das mal Hm, da passen drei, da kommt nichts hin Da müsste man noch ein Silo Aber hier muss noch ein Wohnhaus hin Da muss noch zwei rein Da passen sogar noch zwei rein, okay Ist das voll? Wir wachsen nicht mehr Tu was Bibi, Iron So, zwei Jäger Der Krieger wird geheilt Das machen wir mal hier 100 Wald Zehn Steine Steine werden gerade abgebaut Z muy es ul Steine Steine Bibi Tja 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 So, Kinder. Schäfchen. Alle rein da. Wunderbar. Jetzt muss ich nochmal gucken. Was haben wir hier? Ah, da kommt die Wache. Guck mal, guck mal, wo er langläuft. Ah, der wird hier reinlaufen. Krieger! Komm hier hin. Ah, dein Ernst. Blöde Wolf. Was, was? Oder kommen noch mehr Heelheimer hier? Ich glaube, das war's. Ich könnte nur ein Exemplar bauen. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Weil ich war's. Jetzt. Kein Mann. Kein Mann. Ich bin nicht. Jetzt macht der Speer wieder Randale hier. So, das sind drei Schafe. Das sind auch drei Schafe. Hier ist ein Schaf. Ich denke mal, wir werden uns gleich erstmal die hier holen. Das Problem ist, du hast zusätzlich zu dem hier, hast du auch noch den dicken von dem anderen da drin. Das ist nicht lustig. Achso, wir haben gar keine Münzen. Okay. Können wir... Hm, können wir. Nein, 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 nein. Äh... Erst essen, dann handeln. Dorfbewohner... Hier, geh du mal da hin. Wäre gleich wieder angegriffen. Alles klar, Iron. Bis später. Viel Spaß. Was? Den müssen wir noch mal... Ja, wir brauchen Münzen. Wir brauchen Kohle. Jetzt kann ich gerade... Doch, hier. Wieso bin ich dir jetzt nicht hingestellt? Alles klar, das Ding kann weg. Können wir hier... Kannst du uns schon mal hier hin? Komm mal, jetzt erstmal... So, wir brauchen jetzt ein neues... Guck mal, jetzt haben wir die... Doch, haben wir. So, wir müssen hin. Jo, Frau, sie da. Ja. Und für Ruhm. So. Würde ich sagen... Da sind meine Krieger, die sind bald. Achso, wir haben noch einen. Du gehst da und du gehst auch da. Und du... Ich brauche dich da. Ich geh mal gucken, ob ich die... Flutty 20... Probieren wir's mal. Zu zweit. Ausprobieren. Alter, die haut aber auch rein, die Perle. Ach, was ist denn... Wir haben schon ja gar nicht mehr zu. Ich würde sagen, wir haben keinen Platz. Ich würde sagen, wir haben keinen Platz. Aber hier haben wir überall diese komischen... Riesen mit drin, ne? Aber hier haben wir überall diese komischen... Überrasch ... Komm mal her, Roshi. Ja, wir müssen ihn mal heben, hier. So. Kann ich nochmal einen zweiten Zimmer einer machen? Geht das schneller. Ist das auch schon wieder weg? Gut, dann gehen wir mal gucken, wo wir den nächsten Erz aner... Da war keiner. Hier haben wir gerade weggebaut. Hier, da wär's. Hier ist das Portal, hier ist Stein. Oh, das wär nice. Stein wär super. Hier sind auch Fische. Ich würd fast sagen, erstmal, dass wir hier... Oh, wir haben nochmal einen Krieger. Dann kümmern wir uns erstmal, dass die woanders hinkommen. Haben wir noch einen Holz? Ist da noch Platz, will ich? Jawoll! Bist du? Pau mal so, mir. Da ist auch alles drin, auf den Schütz könnte immer noch jemanden reinsetzen. Da ist kein Riese. Hier ist ein Riesenträger. Kommen Sie her, Frau Valkyre! Die hat halt nicht viel Verteidigung, aber die haut auf die Hand nicht rein, die Frau. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Komm, halt den mal. Ist nicht wahr. Ich will ja versparen. Eigentlich will sie es sparen. Relikte. Ja, was brauchen wir hier? Okay, das machen wir mal. Das muss. Ach, da ist hier noch ein Krieger. Guck mal. Mit rein sollte das klappen. Wo klappen wir, oder? Ja, ne, 50. Axtwerfer. So, wenn die drei fertig sind, dann gehen wir mal hier rein, mal gucken. Ob wir uns an das Gebiet ran. Naja, wir sollten vielleicht erst warten, bis die Hedlheimer Fraktion hier durch ist. Guck mal, da kommen sie. Ich denke, einer wird da kommen, und die anderen beiden kommen nicht mehr. Ja. Kommt noch mehr? Oder war's das? Ich glaube, das war's. Ja, das wird jedes Jahr schlimmer, ne? Also, die hauen dann schon ganz gut rein. Und sie hat schon wieder Kohle ausgegeben. Aber wir wollen gleich das nächste Gebiet machen. Ist natürlich doof, ohne Chef, aber... So, du bist abgeheilt. Ich brauche 50 Münzen für... Ja, wir brauchen steile Tottenhaken. Ja, brauchen wir alles. Kannst du mal drei Meter weitergehen? Ich muss sie nicht unbedingt noch mit schleppen. Ja, kommt mal her. Gehen wir mal gucken. Der eine rennt gleich durch. 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 Und der eine rennt gleich durch. So. Können die beiden Heiler machen? Schwere, schwere, schwere. 300 Münzen. So, jetzt kommen wir aber. Was haben wir denn genug? Holz. Kobolder, bitte schön. Wir brauchen mehr Money. Alter, der haut zu. Der haut zu. Der Speer ist gestorben. Hier. So. Ich hoffe doch mal, dass wir die 150 jetzt zusammen bekommen. Stefan, bist du eigentlich schon wieder da? Der Mann ist nebeln gegangen und kam nicht wieder. So. Das gibt mir mein Häuptling. Dankeschön. Du gehst auch da hin. Die Siedler. Die Siedler. Na, Northgard. Nicht Siedler. Die Siedler. Die Siedler haut da rein. Ach, guck mal. Ja, da kommen sie schon wieder. So, jetzt machen wir das Feld hier mal frei. Nein. Was macht der Kriegermatt? Bleibt da. Was macht der Kriegermatt? Ah, jetzt haben wir nicht genug. Passtet mich der was? Nein. Ein Dorf gewonnen. Ja, komm, dann mach du mal. Hier fertig. Und dann schieben wir da mal nicht scharfer rein. Da sind drei. Ich glaube, das Ding ist nicht im Haus. Cornelius, wie geht's dir? Nein, ich bin nicht da. Ich bin erst morgen da. Bist du noch im Keks, Wahnsinn? Ich muss das Gebiet besiedeln. So viele Schafe. Wo sind die denn alle? Die sind alle da drin. Da ist eins. Da ist eins. Ach, guck mal. Gucken wir mal einen Schlag nehmen. Sonst haben wir gleich Essensmangel. So. Nein, ich bin nicht da. Erst morgen. Das ist geil. Okay. Wolfsbau. Ade. Dann machen wir mal hier den Turm. Habe ich irgendjemanden, der das bauen kann? Da. Ein Dorfbewohner. So. Brauchen wir nochmal das Eisen. Alle geheilt? Na, noch nicht ganz. Bitte nicht dieses Thema. Das war ein Albtraum gewesen. Was? Welches Thema? Hä? Jetzt stehe ich gerade auf der Leit. Ach, Backen. Das kann ich ja nicht wissen. Hm. Monsieur. So. Und gleich ran wieder hier. Der Krieger muss mal weg. Oh, da ist Money drin. Und wir wollen das Money. Und wir wollen das Money. Ich glaube, wir müssen die Jägerhütte mal ein bisschen ausbauen. Und. Das ist aber nett, dass jemand Nahrung mit uns handelt. Wo ist denn mein Speer? Hä? Herr Speer, kommen Sie mal nach Hause. Können Sie das mal hier durchgucken? Ja. Äh. So ein Hütchen hin. Ja. Aber du hast dich nicht mehr. Du hast dich nicht mehr. Ja. So ein Hütchen hin. Ja. Ja. Dann. Ja. Wo? 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 Ach, jetzt kommen sie da oben. Unsere Spezialisten. Von der dunklen Seite. Oh Gott. Nee, 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 nee. Geh du mal weg. Oh Gott, die noch. Ich bin einer unglücklich hier. Ja, ja! Ich repareiere ihn auch gleich. Warte mal, warte, warte, warte. Ja, geht schon. Magengrummeln hat sich etwas gelegt und auch wenn mich die Sachlage... Okay. Alter, nein! Wie schade ist das denn? Aber das ist mir auch schon mal passiert. Besonders gut schmeckt auch Kaffee. Den man so... Ne? Da kommt noch ein Häuschen hin. Warte mal. Warte mal. Machen wir mal Heim wieder hier zu, damit er hier immer einen bauen kann. Da kommen wir mal. Naja, das ist ja was anderes, Cornelius, aber wenn du... Die versaust quasi durch Salz. Nur ein bisschen Salz muss ja werden, ne? So ist ja nicht. Ah! Nur mal die Krieger. Chef, geh mal weg. Facebook. Also dieses Speer. Unglaublich! Ja, ich weiß ja nicht. Warte mal, bevor der jetzt anfängt abzubauen. Oh, nicht erstmal die Hütte da fällig. Das ist abgegradet, ne? Ja. So, du gehst jetzt Bierbrauen. Ja, der Clan ist nicht glücklich. Wisse wahr. Ach, der fällt mir gerade auf. Hier muss ja noch ein Hütchen hin. Was haben wir denn hier? Vier und ein. Diese drei davon. Drei Wölfe. Da ist auch ein Portal. Ja, an dem muss ich vorbei, wenn ich da hin will. Oh, guck mal. Wer bist du denn? Der Frey. Der Frey ist schon mal ganz hart in meiner Nähe. Komm, wir müssen erstmal da. Erstmal da weitermachen. Dann geht das schneller. Da. Ach, shit. Nee, der soll doch eher. Ja. Geh mal bauen. Ah. Ah, den muss der Schüsse im Zucker erkennt man doch. Achso, wo ist der Hilfi? Ich glaube, das schüttet gerade, kann das sein? Haben wir sonst noch irgendwas zum Bauen? Da sind zwei drinnen, da ist eine Bier. Gute Frau, wo bist du? Ich muss mal mit hier drangehen. So, das ist kaputt. Nee, nicht Dorfbewohner, die Bergarbeiter. Jungs, ihr geht jetzt da ran. Habe ich nicht beide gerade eingetrillt? Ähm, Axtwerfer haben wir schon, Schildknappen vielleicht noch. Wobei, wir können noch ein Ausbildungslager für Krieger bauen. Da, komm mal ran. Wow. Da brauchen wir jetzt wieder Silber, wenn wir nicht haben. Das nächste Silber ist hier rechts. Hier ist Stein. Und das nimmt gerade der Häuptling hier ein. Okay. Da, komm, wir müssen uns beeilen, dass wir hier... Warten nur kurz, bis sie hier ein paar... Ach nee, die macht ja erst das Relikt, ne? So. Da, komm, dann wohnen wir uns erst mal. Nee, erst mal alle hier. Ja. Vielleicht noch ein Platz für den Krieger. Krieger, nein. Geht um mal angeln. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Gebiet kriegen. Ich denke mal, das werden jetzt auch gleich die letzten zwei Gebiete sein. Also einmal hier. Da hoch. Ich denke gerade nicht jetzt Target, der war gerade immer. Egal. Oh, ja. Der nächste der Freiheit geht da ran. Der Bär ist alleine. Da können wir direkt rein spazieren. Ah ja. Ich muss demnächst... Ich bin auch noch... Demnächst am Backen. Ich bin auch mal gespannt, wie ich das hinkriege. Stefan. Das ist mein Schiff, ne? Kassenloses Festmauer. So, machen wir hier nochmal einen Essensspot? Ja. Können wir dann hier anbauen. Besonders ist es schön, auch am Rand. So, Junge. Du komm mal kurz hier hin. Bau mal. Was ist es hier unten? Wald. Wir müssen den halt besiegen, den anderen Clan, ne? Wir müssen uns halt... Aber dafür brauchst du ja auch erstmal... ...den Platz. Du musst die ganzen Sachen fertig machen. Und, 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 und. Ach, guck mal, wer da von oben kommt. Ach, gucke da. Oh, wow, 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 wow. Gut, zu Mädels, wo seid ihr hier? Hier muss hier ran. Oder kommen die hier hin? Die kommen hier hin. Kommt. Komm, 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 komm. Fischer, geh weg. Das hat der alleine geschauft. Okay. Oh, bitte. Wo? Ja. Ja. Das war's für heute. Das ist doch warm. Altar haben wir auch. Immer die Hütchen aufwerfen, damit die Leute wieder zufrieden und glücklich sind. Acht Schafe noch? Okay. Das 1 ist kein Schaf. Ah, guck mal. Er hat es schon wieder. Da kann der... Ja. Bleibt mal da, aber hier die beiden Jungs. Mal da ran. Ach, ja. Na komm, mach. Dann mischen wir auch mal mit. Dann nehmen wir uns den Platz, komm. Oh, du hast den Häuptling. Ich geb dir doch nicht den Platz her, hier. Nein. Ich geb dir doch den Platz hier nicht. Und ich glaube... Hallo? Ach, du Töne. Und schützt dieses Gebiet. Also könnten wir uns eigentlich erstmal über das Gebiet her machen. War, damit die erstmal weg sind. Aber jetzt kommen erst mal die anderen. Komm. Komm. Das ist ein Krieger. Oh, jetzt haben sie auch eingebaut. Wir haben ja Glück. Und die... Armeen. Hm. Na, da oben kommen sie. Obwohl von der Armee ist da, glaube ich, noch nicht zu reden, oder? Na komm. Vielleicht ich schmiedet immer noch. Komm, wir holen jetzt erst die Steine. Ja. Bevor der von unten kommt. Das war gar nicht genug Zeug hier, ne? Ja. Doch, jetzt haben wir. Doch, jetzt haben wir. Eine da. Bergbau. Wir sind beide Jungs. Die sind da. Hallo? Ihr beiden kommt dann gleich hier rein. Die sind da. Der hat sich immer noch nicht mehr zur Ordnung. Der hat sich immer noch Zeit aus. Die flucht zu viel. mädchen zum auf zum upgraden was machst du hier das späer hier ist nochmal sechs wölfe aber was wir machen könnten wir könnten auf jeden fall erstmal hier rein nehmen wir erst erst ein bisschen sie sind noch nicht alle hochgeheilt ach ja die schlacht dauert ein bisschen länger glaube ich so der muss zuerst so viel stein siehst du so junge frau sie da bergarbeiter brauer aber hat jemand den vogel gefunden da sind die kleinen das könnte ich mir noch holen das kann ich mir noch holen ich denke wenn der hier fertig ist dann geht er noch mit in die brauerei oder wir machen das könnten ihn noch zum krieger machen aber wir sollten vielleicht mal hier den turm nachstellen so seid ihr aufgeheilt so so Oh, oh, oh. Ich glaub da hinten, unten kommt der Nächste, ne? Ach, die greift nach unten an. Er soll so mal tun. Oh, wir kriegen auch Besuch. Wo? Ich glaub, die kommen eher hin. Ne, 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 einer muss hier bleiben. Ne, 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 ne... Was ist das, was ich da? Ne. Wo? War hier nicht auch noch ein Schaf? Wunderbar. Darf ich das jetzt hinstellen? Da. Oh ja, fest mal 2,50. Wunderbar. Oh, der hat mal einen... Hör mal, junge Frau. So aber nicht. So aber nicht. So aber nicht. Wo treibt sich eigentlich das Speer rum? Was machst du denn da oben? Geh mal hier unten die Linie erkunden. Ich will wissen, wer die hier unten sitzt. Hier. Geh mal hier erkunden. Ehrlich. Weißt du, der treibt sich da oben rum. Und ich brauch den aber hier unten. Oh, oh, hier ist noch kein Turm. Wait. Warte, hier sind alle. Ich lass den... Ich lass den Axtwerfer hier. Und geh mal hier besuchen. Hallöchen. Ich bin der Nachbar. So, das ist meins. Es tut mir ja leid, dass er den Handel mit mir wegen Essen... Ist da kein... Achso. Ist doch da alleine geregelt. Ähm... Was ist denn der Speer hier? Achso, der kann gar nicht in die Gebiete rein. Warte, 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 warte. Jetzt müsste er aber rein können, oder? Ach Gott, das kommt eben sein Großer an. Uiuiui. Der Große hat aber ganz schön viel Schmackes hinter der Backe. Aber bitte. Wow. Ich brauch ganz dringend... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass meine Reaktion. Da kommt der Krieger. Ja, das müssen die ja neu besiegeln, ne? So, gucken wir mal, ob die beiden kämpfen können zusammen. Nee, können sie nicht. Dann noch ein Axtwerfer, der ist hier. Oh wow, 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 wow. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, das Ziel ist ja, du sollst ja, du sollst die ja bekämpfen. Du musst halt die Gebiete einnehmen und musst die halt auch bekämpfen aktiv. Ich geh mal kurz raus, weil der hier, den muss ich raustauschen und jetzt wieder auf den Häuptling. Ich meine, das andere sind ja Dorfbewohner, die sich da schneller mal getötet. Dass die Häuser abfackeln, das finde ich jetzt auch nicht tragisch. So, jetzt sind wir den Kriegshäuptling erst mal da raus. Ich sag, das ist halt die, ich muss halt gucken, wo haben die, da sind die Kleinen, die interessieren mich, die zählen mich. Wir brauchen halt die Lager. Ne, wir müssen halt die Hauptlager von denen zerstören. Okay, der ist auch kaputt. Kann ich dich noch irgendwo reinsetzen? Ach, jetzt haben wir schon wieder den Dicken da. Der macht meine Leute hier wieder platt. Oh, wow, 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 wow! Okay guck.. ourt Mass her ! Da haben sie fast wieder meinen Kriegsabling erwischt. Jetzt haben sie mir den Krieger platt gemacht Weil ich vergessen habe, den Krieger zu bremsen Aber wir machen jetzt den dicken platt Komm, der ist ja schon fast tot Und wieder einen nehmen Nur hätte ich ganz gerne lieber einen Krieger hier So Zwei Krieger Da sind ja die Achswerfer Da So Das Steinbruch ist fertig Ob ich denn jetzt bei Steinbruch Da Wo ist mein Bergbau Bar Nee, Bar Was Bergarbeiter Da Du Wo ist er denn hier Willst du da hin Oder komm, du machst noch einen Krieger Und sobald der da ist, greifen wir an Ich will das Gebiet Das ist mein Speer Ich glaube ja Nach hier unten Wir haben noch kein Lager So Herzl Jetzt geht's dir an Mit Harald Das macht nix Harald hat mich auch angegriffen Steiner war abgebaut Und ich will nackt bei meinem Wunschzimmer Das Leben ist kein Wunschkonzert Nicht So Jetzt kann ich wenigstens ein bisschen mehr Nahrung lagern So Kann Frau Schwiedin Da mittlerweile Ah Ein bisschen mehr Verstärkung hier Bauer Wo Ach, da oben kommen sie wieder So Ihr seid Hier sind sie Oh, jetzt müsst ihr uns beeilen Okay, das hat jetzt der Turm da erledigt Zweit So Da müssen wir glaube ich gleich wieder zurück Hier muss nämlich auch noch ein Turm rein Jo Frau Kommen Sie mal ran hier Da ist auch ein Turm Und hier ist nicht offen Ich brauche mehr Speer So Hier macht das Haus fertig So Ihr seid alle hier Das ist der Kriegsverblende Ja dann Auch wie Einer ist grad Ja Wir müssen den gleich kaputt machen Oder wir gehen oben lang Ist auch ne Idee Komm her Wir gehen oben lang Ich sehe unser Gebiet Ach ja Stefan So Mal gucken Die Gister weiter bauen Steine haben wir ja noch ein paar So Einmal komplette Team Ach das ist sowieso meins Ha Was mach ich denn hier Die haben auch überall Türme ne Ja Scheiß Rander Eigentlich muss ich mal erst Und mein Chef ist gehört down Deswegen mach ich meistens immer gerne erst die Häuser ne Äh Erst die Leute Äh Gier So 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 Die laufen ja nirgends wo hin So, was ist die ganze Krieger? Hier. Oh. Dahin. Dahin. Axtwerfer. Dahin. Ah, da brauchen wir noch ein bisschen. Ach, die beiden. Er greift den hier gerade an. Ah, da brauchen wir noch ein bisschen. Oh. Dann brauche ich hier ein Hütchen. So, junge Frau. Bauen Sie mir das Hütchen mal dahin. Weil wir müssen hier das Erz abbauen. Ach, guck mal. Jetzt geht's ja hier weiter. Haben wir hier... Aha, da ist der Ziegenclan. Komme ich jetzt am schnellsten dahin? Oben lang, glaube ich. Das ist auch noch einer. Oh. Da ist einer. Da ist einer. Hier hat er jetzt einen Dicken reingestellt. Das ist Sklaven, seht ihr? Bäumchen. Ja, sind überall die Dinger. Kann ich da nicht auch? Ne, da kann ich nicht durch. Ich muss hier erst die Gegner wegmachen. Bevor ich hier irgendwas mach. Alles klar. Ihr seid alle hier, ne? So, Chef. Wir müssen langsam mal hier zu Potte kommen. Oh, Barbe, geht in die Lust und Frage. Schickt mir eine wunderbare, gut gestopfte Sicherheits. Ja, hier, kipp. Hier. Stehen auf den Tisch. So. Aber es ist egal, glaube ich, ob ich von oben oder von unten runtergehe. Ich muss auf jeden Fall da hinten ran. Ah, guck mal. Gucke mal. Was sind die beiden jetzt Freund? Ah, guck mal, jetzt hat er Verstärkung geholt. Egal. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Randale machen und sind gleich wieder raus. Erstmal haben wir den Häuptling weggebracht. Ja, ich sollte sie aber weiter wegstellen, Stefan, weil ich gehe da zu oft ran. So, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr. Da sind irgendwie so viele Leute. Dann können wir nämlich hier ordentlich mal was wegsämmeln. Ja, wir haben auch was verloren. Kommen wir mal Nachschub holen. In der Zeitwiese hier alle. So, bitteschön. Ein Krieger. Noch ein Krieger. Und noch ein Axtwerfer. Warten wir mal, bis hier alle da sind. Und dann gehen wir auch gemeinsam auf den Dicken da. Na, da kommt das mal raus. Der blöde Turm. Ach, der ist auch nur ein Heiler drin. Ja, das, dann wundert mich das hier nicht. Das muss wesentlich schneller gehen. So, haben wir noch einen für Spier? Ja. So, das ist auch schon wieder kaputt. Mit einer Krieger. Und einer... Ach, du folgst immer noch nicht. Na, komm her. So, kommen wir alle hier hin. Kommt da noch was? Kannst du noch was machen? Die Heiler sind ein bisschen effektiver, würde ich meinen. So, junge Frau. Ah, da kommen sie. Einmal durchrollen, bitte. So. 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 Du reparierst mir das jetzt. Und meine Armee geht bitte wieder hier hin, weil wir müssen jetzt hier rein. Wir müssen jetzt hier langsamer zu Pferde kommen. Auf jeden Fall mal die Leute hier wegmachen. Aber das ist ja schon wieder so ein Dicker. Sofort an den Turm. Da wird sowieso noch der ein oder andere wahrscheinlich bei sterben. Ja. Da wird sowieso noch Ventur. Ja. holen der rechte kriegsverblende noch mal kill wunderbar Ah, guck mal, da ist ja noch Platz für Leute. Da muss gleich noch einer rein. Weil uns fehlt ein bisschen, ne? Ich brauche mehr Essen. Eigentlich wollte ich heute gar nicht so lange machen. Naja, kannst du mal sehen. Ne? Kann man mal sehen. So, jetzt holen wir mal den hier kurz zum Heilen. Wir brauchen mehr Soldaten. Der ist da. Ja, wir auch mal hier hin. Da kommt sowieso gleich nur ein Turm rein. Mehr kommt da nicht rein. So, Dorfbewohner nehmen wir auch gleich mit. Wobei, wir könnten, wenn wir es schaffen, schnell genug die acht. Wobei, wir könnten Schaf opfern, ne? Da brauchen wir auch von Lunge. Obwohl, dann geht das dem Essen los, ne? Das ist eigentlich Blödsinn. Warum wir die Jagd, würde ich gleich selber nochmal. Silo. Und Türmchen. So, man lieber, komm ran hier. Ja. So. Ne, Blödsinn, wo will ich denn hin? Gehen wir hier rein, oder gehen wir da rein? Wir müssen da hinten hin. Ich weiß gar nicht, ist hier einer drin? Drei Drachenmänner. Was ist hier drin? Ach, guck mal. Die Hütte ist ja gar nicht mehr so weit. Dann gehen wir doch erstmal zu ihm hier, wa? So. Gehen wir doch erstmal straight wie mir. Auf jeden Fall eine Turmwelt. Ja. Das war oben, das ist sehr gut. Ach, jetzt kommt er zu mir. Holen wir uns gleich wieder. So, warte mal. Du, bleib hier. Und du, geh mal hier hin. Hau den mal weg da. Ich muss, glaube ich, mal den Handel einstellen. Oh, das war's. Oh, das war's. So, der bleibt hier. Und er geht wieder hier runter. Oh, das war's. Oh, das war's. 1, 2... Danach brauchen wir über 1000 Damit wir hier Ne? Das Silo ist erweitert Das Silo ist glaube ich auch erweitert Das Silo steht immer noch späher in dem Gebiet So wir brauchen mehr essen Ja Ja So. Ich glaube, der kommt jetzt hier hin. Ja. Ja, da kommt er. Ja, die ist komplett anders, als wie geplant. So. Ihr kommt mal hier hin, alle. Ach, er hat kein Money mehr. Warte mal, wir können doch Holz mit... Ach so, die wollen so nicht. Die Kobolde nehmen Holz. Guck mal, da kriege ich drei Münzen mehr. Ah. Ach guck mal, die bekämpfen sich jetzt, die Beinen. Ja, das ist praktisch. Dann holen wir uns den Sieger davon. So, die kommen jetzt alle hier hin. Wir haben nicht genug Wunzel. Komm, ich brauche noch einen Krieger. Wen ist es einen? Wir haben doch noch mal irgendwo, wa? Was wir genau hinbauen müssen. Nein. Ja. Nein. Ja. Du hast gerade nichts zu tun, junge Frau. Reparier den mal da. Wie viele Leute hier rumgeistern. Aber die haben auch einen großen Turm hier. Ja, wir werden jetzt immer ein paar Leute wegmachen und dann werden wir wieder hier raus verschwinden. Damit sie geheilt werden. Ja, irgendwie ist alles anders wie geplant diese Woche. Achso, ich wollte da noch einen Krieger machen. Achso, das sind die Reparaturkosten gewesen. So, dann geht ihr Mädels beide da rein. Brauchen mehr Kohle. Handelsroute. Mit wem bin ich nicht im Krieg? Mit Frey? Dann haben wir doch, handeln wir doch mit Frey auch nochmal alles. Hauptsache, wir kriegen Money. Und dann machen wir Harald platt. Das ist ein guter Deal, oder? Wir machen jetzt Harald platt erstmal platt. Und danach machen wir Frey platt. So, erstmal den Kriegsaufgang weg. Ach, der Krieger ist weg? Okay. Ja, der Turm ist halt immer ein Kreuz, ne? Das ist halt ein bisschen doof. Haben wir jetzt genug Münzen für neue Krieger? Na, das dauert zu lang. Okay. Ein Krieger. Eila, sieh zu. Halt die Leute hoch. Halt die Leute hoch. Mein Gott, wo läuft der Krieger lang? So, kommen wir auch noch hier runter. Und dann geht's weiter. Bevor die sich hier weiter vermehren. Ich will jetzt theoretisch schon mal anfangen, die Kasten wieder wegzunehmen. Und dann, guck mal, da kommt der Dicke. Oh, da rettet er sich gerade. Oh, da rettet er sich gerade. So, wer greift mich an? Oh, da kommen die untoten Spaten. Da ist eine Hütte kaputt. Kriegshöpling. Das müsste aber eigentlich klappen. Ja. Guck mal, auf den letzten Drücker versucht hier noch einer reinzukommen. Erste Clan. Alter, wie lange geht das Match jetzt schon? Oh, wir haben den ersten Clan, Stefan. Dankeschön. So, jetzt. Werden wir erstmal. Alles, was wir nicht brauchen. Zerstören. Damit können wir eh nichts anfangen mit dem Altar. So, das Fels. Das würde ich vielleicht retten wollen. Ah, komm mal her. Komm mal her. So. Dann reparieren wir mal das. Weil wir müssen, um das zu besiegeln, siedeln da vorne, müssen wir ja auch erstmal... So, jetzt haben wir noch Frey. Frey handelt ja mit mir. Aber das wird ihm nicht helfen. So, das wird jetzt alles... Das Match geht zu lang, ja. Schade, dass ich die Sachen... Also, ich bräuchte jetzt halt 1270, um das hier zu retten. Ich glaube nicht, dass ich so schnell so viel Material zusammenkriege. Aber wir können vielleicht noch den Handelsposten und den Steg retten. Wir müssen dann nur Wohnhäuser ausbauen, denke ich. Wollen wir noch ein Wohnhaus nebenan? Und noch ein Militärlager. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Weil in dem Moment, wo du das Haupthaus hast, siehste, ist der ganze Clan weg. Ist das mein Spiel? Ah, guck mal, jetzt greift mich Frey an. Ja, Junge. Du willst Krieg? Dann legen wir los. Es dauert ein paar Meter, bis ich auch oben bin. Oh, Junge. Kannst du erst den Steg bitte machen? Hier ist jetzt wieder alles frei, seht ihr? Alles. Überall, wo sie gebaut hatten. Ja, und jetzt versucht sich natürlich der andere. Boah, was im Himmel? Ich war nicht schnell genug hier oben. Shit. Handelsgute mit den Vorbeiden, bitte. So, ich müsste gleich mal kurz vorhin. Dabei würde ich aber Pause machen. Wobei, dann sammle ich ja nicht weiter, ne? So, ich muss auf jeden Fall mein Gebiet hier wiederholen. So, dann mach mal hier. Du machst das andere. Stimmt eigentlich. So, dann bin ich mal ganz kurz AFK. Oder? Jetzt Pause, ne? So, bis gleich. Bist du, bis gleich. So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, das waren die Scheißheiligen. Wenn man es genau nimmt. Ich glaube auch. So. Ich denke... Wer sie? Das ist die meiner. Silo. Ja, wir könnten da vielleicht noch mal ein paar Leute reinstecken, wa? So, Herzchen. Du... Du kannst hier mal einen Steg mit ran. Mein Essen geht ja schon schnell, ne? Eigentlich müssten wir mal hier... Aber das grenzt nicht an mein Gebiet. Das ist doof. Das da grenzt an mein Gebiet. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen schneller essen. Aber schon ein Altar? Ja, ne? Ja. Irgendwo noch ein nicht aufgebaut... Aufgewertetes Silo? Nee, ich glaube, die sind alle aufgewertet, ne? Tana denkt wieder, ja. Meinst du, schlägt gleich Funken, oder wat? So, machen wir die mal weg? Aber ich glaube, das Ding muss sie einnehmen. Sonst kommen die immer wieder. So. Einer bleibt hier. Kommt auf die Trockenheit an, Duck und Weg. Ja, ja. Ich geb dir gleich Trockenheit, oah. Wo greift der mich jetzt an? Ach, die greifen so oder so, wie wir mal an. Ist das hier eigentlich mein Gebiet? Ja. Das könnte ich ja gar nicht bauen. Aber die Türme sind ganz gut. Da gehen die wenigstens erst mal auf die Türme, wenn die kommen. Ach, du liebes Lottchen. Na, komm, sag. Wo ist denn jetzt hier mein... Ich glaube, nicht. Ich glaube, das ist egal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ach, guck mal, er holt sich jetzt hier die Stück für Stück, ja? Meister. Ja, das glaubst auch nur du. So, verbrauch das. So, verbrauch das. Verbrauch das. Und dafür brauch ich drei Leute. So, Perle. Du, ja. Du. Auch hier. Was ist denn das hier sonst noch? Ach, da gibt's noch Platz. Hm. Eine Brauerei vielleicht noch? Ach, Wölfchen. Tut das denn not? Nein, tut es nicht. Ich glaube, wir gehen von unten ran, war. Ich glaube, wir gehen von hinten. Hier ist sogar noch was zu holen. Guck mal, da hat er direkt einen Turm hat er hingesetzt. Guck's dir an. So, warten wir auf den Krieger. Oh mein. Hm. Oh. Oh. Nein, hoi. Nein, hoi. Nein, hoi. Gleich aufhärten. Die müsste schneller Essen produzieren. Abgesehen davon, dass wir sehr viele Leute haben. Nein. Brauchen wir auch sehr viel Zeug. Oh nein, wir haben keine Steine mehr. Guck mal, wenn wir nicht irgendeine Steine bauen wollen. Ah. Naja, wenn wir die Gebäude von denen kaputt machen, können wir auch, ähm, kriegen wir ja auch Material zurück. Hier, 1450. Guck dir an. Ah, gibt nichts mehr zu erkunden, das ist alles offen. Ja, dann brauche ich auch keinen Sch... Doch, das Spiel, ja, könnte man vielleicht noch einen Körper für hier. Ist ja eigentlich noch irgendein Stein oder so. Ich glaube, das ist alles abgebaut, ne? Obwohl... Warte mal. Ist das mein Gebiet? Ne. Ach, da waren die Dinger drin. Ah, guck mal, da ist jetzt immer drin. Guck mal ran hier. Ja. Åπό. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist die Fernkampfs hier, guck mal. So, mal bei dem wieder heilen. Ach, guck mal, bei dem hier unten wird auch eingenommen. Was baust denn du da? Nee, Freundchen, so nicht. So nicht. Freund unter der Sonne. Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern, bis ich mich mit dem hier zur Sonne gesetzt habe. Aber wir haben keine Steine, das ist ein bisschen doof. Vielleicht sollte ich mir mal irgendwo... Ja, komm, wir bauen mal hier noch ein. Da hast du nichts zu tun, ne? Holzfäller... Seefahrer... Brauer... Mach mal hier. Weißt du, ich hole mir jetzt den Marktplatz, weil dann kann ich im Notfall auch mal... Ähm... Hier, Essen... Kaufen. Dass es mal ein bisschen zu eng wird. So, du, Junge, muss mal hier hin. Jetzt sind vier... Wie kommen wir denn jetzt aufs schnellsten da runter, am besten hier lang, ne? Am besten hier lang. Da brennen auch die Felder. Das macht nix. Ich bringe die Felder mal zum Brennen hier vorne. Ich bringe die Felder mal zum Brennen hier vorne. Ah, komm, wir brauchen mal ein paar Krieger und so. Ne, die muss auch hier happy machen. Nee, du muss mal im Marktplatz. Du... Liege! Ich brauche noch ein Stein. Da eine Spiel... Also grafisch ist okay, ist ja halt noch nicht fertig, aber Sound der Zombies ist schon, ich sage mal, Teil... Ja, ich kann ja gleich mal kurz reingucken. Aber das machen wir dann im Discord, denke ich mal. Ach komm. Sind die alle hier? Ach, da oben sind die. Mädels, ihr müsst auch hier runter. So, das kommt gleich weg. Wo folgt das da? Doch. Müssen doch eigentlich alle folgen. Und hier? Ach, da oben sind die Händler. Chef. Sind alle da? Nee, da kommt noch was. Aber wir haben die Möglichkeit noch mehr. Die Händler ist vielleicht gar nicht so... Ach, der kleine Wolf. Ach, der kleine Wolf. Macht nix. Eigentlich könnten wir... Aber jetzt greifen sie überall an. Guck mal. Wow. Das ist geil. Das ist mal hin und her. Und da reden. Guck mal her. Schnell. Wo ist der Rest von meiner Truppe da? Bin ich jetzt ganz alleine da nicht gelaufen? Na, wer hat das noch schafft, da dran zu kommen? Ich glaube, das sieht schlecht aus. Dafür haben sie ihn zu weit runtergekloppt. Hier, Junge. War neu. So. Ja dann, auf sie mit Gebrüll, wa? Ja, Kriegshäuble, was wird denn da hier? Wo willst du ihn? Ah ne, das ist nur ein Schildklapp, ich wollte schon sagen. So, wir haben im Prinzip noch eins, zwei, ja, drei Felder. Sollten wir hinkriegen, oder? Oh, verdammt. Vielleicht den, der am meisten Leben verloren hat. Guck mal, jetzt gehen die uns die ganze Zeit hier auf den Zeiger, damit das nicht voll wird. Ach, Jungs. Das wird doch eh nix. Zack. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt einnehmen müsste. Ich mach's einfach mal, für den Fall. Außerdem kriegen wir dann immer schöne Bonis. Jawoll. So. Tschüss. Brauch mal nix. Aufwerten. Na, das hat er sich wieder geholt. Macht nichts. So. So. Ach, Scheiß drauf. Äh. Wieso im Moment alle Planet Zoo spielen, ne? Ja, das gibt's ja schon länger, aber heute ist ja der offizielle Release irgendwie, ne? So, erstmal alle hier hin. Ein kostenloses Festmahl, das gönnen wir uns auch gleich, wenn alle da rein stürmen. So, gönnen und Rinder. Na, Kriegshäublein, komm ran. Kann es sein, dass die gehalten werden, obwohl die nicht drin sind? Ne, nicht wirklich. Aber man könnte das ja so machen, dass wir erstmal hier hingehen. Und dann gucken wir mal, du müsstest geheilt werden. So. Junge Frau, wir brauchen jetzt alles an Kriegern, was wir haben. Damit wir den Clan nach vorne ordentlich einen auf die Mütze geben können. Das heißt, ich ziehe auch mal... Ja, einnehmen kann ich das jetzt nicht. Aber wir können mal eben warten, bis alle da sind. Es sind drei Dorfbewohner, drei Holzfäller, drei Händler, ein Turm. Ach, guck mal, die werden auch gerade noch angegriffen. Ja, dann. Und ran. Rein. Einfach rein. Einfach rein. Einfach rein. Was ist das? mit Kobold bin ich gefreut ja guck mal hier die Wirkoll haben haben die glaube ich überrannt oder eben vorbeigeben seine Hacks geschnappt die haben was dran gedreht Stefan guck mal ey wie schnell der jetzt seinen Kriegsräumling da rausgezogen hat guck's dir an ich habe dieses 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 hier ne also die haben mit sicherheit was dran gedreht das war zu schwer also vorher war das echt schwer ne ja wunderbar was haben wir denn als nächstes zupfer ist oder das weiß ich nicht